Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Wieser und das ist jetzt nicht wirklich Artwork oder Vlog oder Schizotalk ich habe für euch ein Video gemacht, wo ich die ersten Kapitel von meinem Buch, was ich in der Schizophrenie, in meinen ersten Schizophrenen Schub geschrieben habe gelesen und es ist nicht so schlecht geworden, das Video, aber ich werde von Anfang an mit meiner Geschichte anfangen weil das ist ja quasi der letzte psychotische Schub, den ich gehabt habe, war auch einer der schlimmsten und ja, wie ich die ersten Kapitel gelesen habe, es sind einfach so viele Emotionen hochgekommen und ich habe das Thema einfach noch nicht verarbeitet, ich bin noch nicht bereit dafür aber ich werde von Anfang an mit meiner Geschichte anfangen und dann kommt auch irgendwann das, was da drinnen steht, wo ich das auch analysieren werde aber ja, es ist halt schwierig, weil ich habe es noch nicht verarbeitet in den letzten Schub ich habe es sehr verdrängt, ich könnte natürlich einfach das Video hochladen aber ich fange von ganz Anfang mit meiner Story an so kann es auch besser verarbeiten und euch helfen dass ihr nicht allein seid mit diesem schizophrenen Thema mit den Orgensachen, die in der Schizophrenie passiert auf jeden Fall freut euch auf die Videos und bis Montag Ciao 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 Ciao